geht dann den Strahltranken zum Leiden muss er ein Leben gestorben so unser Haus ist fertig noch nicht so Expertenhaft aber das wird noch ich gehe jetzt mal auf ein Haus ich gehe auf Höhle ne Facken wir brauchen Bomben ich habe wir haben jetzt Facken auf ins Höhlenland Alter ich wollte hier gar nicht rein naja ist ja immer schön das Kopf verlassen wir jetzt erstmal unter den Wasser und ok yeah Juwanimo so das ist so ob wir im Weltall sind do 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 oh das ist halt so geil also wir sind nur 50 Leben ja 120 Leben ich hab nur 100 das ist gemein wenn du den Nächsten findest bekomme ich den was sagen sie dazu nicht sehr viel das muss ich erstmal hier rauskommen sehr spannend bekommt den MS-Johnny LP die nächsten Lebenskristall was sagen sie denn dazu oh ja natürlich kriegt der den wir sind gute Freunde aha guck mal so jetzt spring ich euch weg wie wir sehen war hier Miron wegen Holz das erkenne ich und da müsste wohl der Vogel oben rumfliegen Alter scheiße hier ist der Vogel rumgeflockt da hier 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 kann man essen bekommt man immer 20 oder mehr weniger Leben dazu das weiß ich jetzt nicht so genau aber wir werden es herausfinden guck dein Hoppelnädchen und es ist verfetzt wegen dem Slimer what einer aus dem Ekelland Miron einer aus dem Ekelland freut mich dich zu sehen mein Freund ja geh da runter oh weil so ne Hülle da gehts runter ne da musst du irgendwie durch da kommst du nicht durch oh ich guck da hab mich so ein Slimer nützt jetzt sind wir in Ekelland alles so violett oder nieder jeder gleich in die und darunter und da ist die Wühle wo ich reingehoben bin ja ui da siehst du sie jetzt auf einmal bei mir ich bin in Wasser gelandet ohne Scheiß ich hab die Fackel gelandet MS Johnny LP stürzt den den Tod mal wieder uaaaaa alter Junge ich bin grad super schnell ausgewichen der ist richtig riesig alter ich hab den gar nicht gehört wir haben ein Problem Leute da ist er da ist er mein wir haben ein Problem bei mir spawnen fällt unsere Tür ab hä ne doch weil wir genau bei der was Wir spawnen genau bei der Tür. Nee, doch. Nee, tatsächlich. Oben ist mein Zimmer, ja? Ja, ja. Ich gehe wieder zur Höhle, ne? Kommst du mit jetzt? Ja, warte. Er enttrinkt gleich den Strahldrang. Aber was ist mit meinem? Hast du Holz hinter unten noch? Holz hinter unten. Nein, noch nicht. Warte, ich muss nicht mehr. Ich hab welche. So, ähm, dann bauen wir erst mal das Haus noch mal zu Ende. Und hier kommt dann unsere hübsche, verkleinerte Holztür. Oh. Falsch gesetzt, Leute. Es tut mir leid, ich hab die Tür aus Versehen. Falsch gesetzt. So, wenn wir zu uns kommen. Komm, warte. Weg da. Tür dahin, dahin, dann. So. Warte, hier. Packel? Nein, hier, guck. Oh. Warte. Da hab ich was Wichtiges. Dann hab ich ein Leuchttar. Ich glaube, die würden auch reichen. Wie viel? Was hast du da? Packel und die hier gemacht. Die sind wichtig. Kann man eine kleine Brücke machen? Okay, wir können beginnen. Juh, juh. Ich hab einfach nur dem Breddo. Okay, wir folgen mal dem Breddo. Der vielleicht nicht mehr der Breddo ist. Huah. 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 Juh, wir sind das Weltall. Ich fliege. Ich auch. Jetzt bin ich der Breddo. Huah. Ha, ha, ha. Nein, nein, das ist ja der Breddo. Aber nein. Ja, nein, nein. Huah. Ich bin der Breddo. Ich krieg dich doch, Nico. Huah. Warte, jetzt muss ich vor. Du wirst wegen der Höhle. No. Huih. Okay, play. Huih. 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 Huah. 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 Was ist das denn? Scheiß, die waren dann geile Scheiße. Ach du Scheiße. Huah. Nicht. Huih. Huih. Bau mal hier Erde hin. Nein, danke. Ey, Michael. Ich hab keine Erde. Ja. Top. Bau mal hier Erde hin. Ich hab keine. Nicht dich. Danke. Voll das A-A-Loch nicht. Ich mag ihn nicht mehr. Er ist immer so gemein. Versteht ihr? Und das will ich nicht. Okay. Falls du gemerkt hast, dass ich... Ich wollte nur sagen, dass ich schon fast da bin. Dass ich schon fast da bin. Dass ich schon fast da bin. Ja. Aha. Er ist fast da. Aber wen interessiert? Und es geht los und es wird dunkel. Jetzt komm ich mein Bro. Hippie. Ich geh ohne. Sonne geht unter. Wir haben kein Zuhause. Wir sind Hundekul. Wir sind Hunde. Hier guck. Wir sind Hunde. Wir ähm... Wir sind Hunde. Wir hauen von Sauna ab. Bevor es ganz dunkel ist und die Zombies kommen, wie bei einem Film. Hier, guck. Ha. Wo ist das ganze Wasser hin? Hast du vielleicht ablaufen lassen? Ich geh in eine andere Höhle. Komm beeil dich, mein Bro. Wo bist du denn? Ich bin schon hier. Ich geh in die gleiche Höhle. Ich geh los. Da waren... Da waren... Ähm... Dings Truhe. Eine goldene Truhe, glaub ich. Eine goldene Truhe. Hm. Da könnten Lanzen... Bogen... Alles drin sein. Ja, Lanzen können auch in einer normalen drin sein. Ja. Ach, er ist schwer oder so. Ich geh da trotzdem rein. Nicht hier. Hä? Nicht in der. Ich geh da rein, wirklich. Ich glaub, das... Ich geh hier rein. Ich geh ganz runter. Ich glaub, warum mich runter eben? Hier. Ich wohne mich eben runter. Na? Mack. Ich wohne mich runter. Buka. Buka. Mann. Hab ich geschafft. Ja, du bist unten. Jetzt geh. Ja, da geht's auch. Neu. Auf die muss aufpassen. Ich hasse die. Lila Slime. Geh weg von mir. Gleich ist es Zeit, unser erstes Pils zu essen, meine Freunde. Geh weg von mir. Ach, ich geh da schon. Gut da. Mann, du, der ist nicht weit geflogen. Mann, die Sonne geht unter. Bis dann bist du schon längst aufhören. Wir haben sie besiegt. Haha, wir werden gewinnen. Wir haben sie besiegt. Ah, man bekommt ja Lens generiert. Ey, John, ey, weißt du was? Ich guck, ich und Leon gehen die ganze Zeit rechts. Ich weiß, dass wir genau einen Trollen waren. Ach ja? Ja, wirklich. Trollen gibt es? Ja, dann gibt es Trollen. Wie geil das darfst du? Ich glaub, ich geh da mal runter. Ich kann den Steinen nicht aufbauen. Ja, ach was. Ich, ähm, ich mach da vor mir so einen Block. So, ich bin da. Vollkönig. Wie hast du es denn da runtergeschafft? Ich bin nicht da. Ich bin weitergegangen. Ja, ich weiß, aber bin ich da runtergekommen. Pass auf, da hast du, da sind Steine, aber du verlierst kein Leben. Und wir singen. Ja, das ist ein Stein, du verlierst kein Leben. Du bist nicht darum zugegangen, wo ich war? Ja, ich bin auch nicht da, hab ich nicht gesagt. Ich war trinke, ich war trinke, ich war trinke. Was sagen Sie, Myron? Wo warten Sie gerade auf MS-Johnny? Ähm, so wie ich das formulieren darf, warte ich auf einer Insel, die hier gleich vorne ist. Auf einer Insel? Hochinteressant. Ja, ich weiß. Schalten wir wieder auf MS-Johnny-Copter. Ha! Zombie! Hab dich schon erwartet. Und ich habe eine Frage an Sie, MS-Johnny-LP. Wie ist das so als Let's Player? Es ist spannend, immer neue Spiele auszuprobieren. Und es ist toll, dass ich Zuschauer habe, die mir zuhören und so. Aber es macht auf jeden Fall riesen Spaß. Und wie ist es bei dir? Genauso. Ich bin draußen. Hast du Leuchtstäbe? Nein, wir haben wohl ein letztes Nebenwerk geschaut. Oh, ho, ho. Oh, ho. Nein! Er geht. Oh, oh. Nein, ich will nicht stören. Nein! Nein! Das war mies. Nein! Ach, du Scheiße. Das ist ja richtig gemein. Wie können wir da bloß fremdlich gehen? Wie kann man sich einen Neustart denn machen? Das muss man finden. Das muss man finden. Das muss man finden. Einer muss nicht machen. Das bist du, ich habe bessere Schwerte. das muss man tun. Das muss man da öfter machen. noch nicht geschützt für mich geschützt für mich und stirbt du blöd mann ich bin um Oh, hier sind noch welche unten. Komm, drei, zwei, eins. Entschuldigung, drei, zwei, eins. Ich will nicht sterben. Nein! Niko! Ah, stirbt doch. Nein! Was ist passiert? Ich gehe mal in eine andere Richtung. Nein, da waren wir doch für... Nein, da war ich schon. Scheiße, da war ich schon. Das behindert doch. Ich gehe da noch, Alter. Ach, ich warte, bis es hell ist. Solange chill ich in mein Zimmer. Warte. Wer wusste, er glückert dir nicht mal. Ohne in mein Zimmer richtig zu chillen, muss ich was da brauchen. Ich habe gefragt, wie ist die Lage auf dem Planeten, Mr. Myron. Ich kann gerade nicht. Das ist blöd. Was wollten sie gerade sagen? Nix. Dann ist ja gut. Ich bin auf dem Tisch und hüpfe gegen der Decke. Du, du, du. Hilf mir, du mal. Einfach. Okay. Du hast es so gewollt. Du hast es so gewollt. Ich baue das mal ab wieder. Nein, ich baue ihn noch was. Hallo, so hoch. Dann kann man da hochkommen. Der geht da ja nicht hoch. Jetzt kommt er aber hoch. Spring doch. Er ist oben. Ja, und jetzt im Schwung. Spring doch. Er kann nicht. Lass ihn einfach. Ja, mach. Du hast mein Hammer. Gib ihm wieder her. Ja. Ihr Zombies bekommt uns nie. Alter, die hat dir aber real viel hingepisst. Naja. Ja. Ja. Unser, wie heißt der denn noch mal? Schach hat dir so hingepisst, dass er seine eigene Pisse trinken sollte. Nein, dass er in seiner Pisse badet, ne? Wir haben es geschafft, ein Hoch darauf. Jippie. 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 Drei fliegende Augen und ich hätte noch mehr Rache zum Buch. Wir sind hier in einem Legend. schütteln die Klinik von diesem Namen ab abtoppel Wenn du Holzwand brauchst, hörst du mir lieber das hier wegzubauen.